Let's go! Mir geht's sehr gut, danke. Ich hatte ja nach dem Hoffenheim-Spiel ein bisschen Probleme mit dem Oberschenkel. Die sind jetzt Gott sei Dank überstanden. Ansonsten fühle ich mich körperlich und alles in einer sehr, sehr guten Verfassung momentan. Ich spreche fließend Slowenisch. Meine Eltern haben mir das als Kind mit auf den Weg gegeben. Wir haben immer geschaut, dass wir zweisprachig zu Hause sprechen. Meistens mit einem Elternteil Slowenisch, mit dem anderen Deutsch. Deswegen spreche ich die Sprache. Ich kann allerdings, was ich nicht so gut kann, ist lesen und schreiben auf Slowenisch. Aber ich kann mich zumindest sehr gut dort verständigen. Am liebsten in meiner Freizeit ist es schwierig. Ich habe mehrere Hobbys. Ich gehe gerne angeln. Ich bin auch sehr gerne mit Familie und Freunden zusammen in meiner Heimat, wenn ich die Zeit habe, dort mal hinzukommen. Was ja jetzt im Moment nicht so oft der Fall ist. Und zum Fischen komme ich auch nicht so oft, weil ich ja zwei kleine Jungs habe, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich am liebsten meine Freizeit mit meinen Kindern verbringe. Und dass wir da schöne Dinge unternehmen oder einfach Zeit miteinander verbringen. Mein Lieblingsessen ist tatsächlich, das wurde ich ja schon oft gefragt, ist Mamas Essen eigentlich, wenn ich bei meiner Mutter bin. Die Küche von meiner Mama, was sie mir immer als Kind gekocht hat und als ich dann größer wurde. Und am liebsten gehe ich tatsächlich noch immer bei meiner Mama essen, wenn ich in Soling zu Besuch bin. Das ist schwierig. Eigentlich mache ich außerhalb vom Fußball nicht so viele Sportarten. Was ich gerne mache, ist, ich schwimme gerne. Ich spiele gerne Tischtennis. Da spielen wir auch ja viel hier in der Kabine, zwar auf einer kleinen Tischtennisplatte, aber das macht auch sehr viel Spaß. Und ansonsten, ja, ist eigentlich Fußball meine Nummer eins Sportart und danach kommt eigentlich erstmal ganz lange nichts. Ich verstehe mich mit allen sehr gut, muss ich sagen. Also da gibt es wirklich keinen, mit dem ich mich irgendwie, ja, wo ich sagen würde, das passt nicht oder ich verstehe mich nicht. Ich finde generell die Teamchemie sehr, sehr gut hier. Das passt hervorragend. Aber klar hat man zu dem einen oder anderen dann noch ein bisschen engeren Kontakt und auch außerhalb. Ich verstehe mich zum Beispiel, Emil ist seit sehr vielen Jahren mein Sitznachbar in der Kabine. Wir verstehen uns blendend. Ist quasi wie mein Bruder geworden. Conny genauso. Conny kenne ich jetzt auch schon so viele Jahre, sogar noch in Salzburg miteinander gespielt. Auch ein toller Kerl. Timo, der Verrückte natürlich. Timo kenne ich auch schon so lange. Der ist so ein witziger Typ und machen jeden Tag Scherze miteinander. Das sind schon Jungs, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe. Aber da gibt es ganz viele, auch mit Halste, mit Pete, Willi. Also ich spiele mittlerweile schon so lange mit den Jungs zusammen. Das ist echt schon, ja, das ist eine besondere Beziehung, die man dann hat. Meine ersten Gedanken. Da war natürlich ein bisschen Anspannung mit dabei, ein bisschen Nervosität. Ich war jetzt kein Neuling in der Bundesliga oder so, aber es ist, glaube ich, immer so, wenn man zum neuen Verein kommt, dass man da so eine gewisse Anspannung fühlt und ein bisschen Nervosität auch mit dabei ist. Ich hatte ja jetzt nicht irgendwie lange Eingewöhnungszeit oder so. Ich bin, glaube ich, ganz am letzten Transfertag gekommen im August. Und kurz danach war direkt das erste Spiel in Hamburg. Das war mein erstes Spiel. Da wurde ich in der zweiten Halbzeit eingewechselt. War ein sehr, sehr schönes Spiel, weil wir das Spiel 2-0, glaube ich, gewonnen haben. Durch das Solo noch von Timo, wo er über dem ganzen Platz sprintet. Ja, aber ich habe mich, muss ich sagen, von Anfang an pudelwohl hier gefühlt. Das Gute ist natürlich, dass ich einige Spieler schon kannte von der Zeit aus Salzburg. Und ja, das hat mir natürlich um einiges geholfen und es mir auch sehr einfach gemacht, mich hier einzufinden und einzuleben. Das ist ganz klar der DFB-Pokalsieg, muss ich sagen. Wir hatten natürlich ganz, ganz viele tolle Momente hier in den letzten Jahren, seit ich hier bin. Die ganzen Qualifikationen für die Champions League, Champions League Halbfinale gespielt, Europa League Halbfinale gespielt. Oft im Pokalfinale gewesen, aber immer dann leider als Verlierer vom Platz gegangen. Das war natürlich extrem bitter, aber ja, letztes Jahr, wo wir das Ding zum ersten Mal gewonnen haben und auch die Art und Weise wie und im Elfmeterschießen, die ganze Dramatik, so viele Emotionen. Also das war etwas, also muss ich schon sagen, dass es glaube ich generell der schönste Tag für mich war bisher in meiner Karriere. Mein schönstes Tor. Ich habe ja nicht so viele geschossen, also habe ich nicht so viele zur Auswahl. Aber mein schönstes Tor. Das war wahrscheinlich das gegen Düsseldorf bei Julian, als wir noch Punkte gebraucht haben, um die Champions League Qualifikation klar zu machen. Ich glaube, das war in der Corona-Zeit, da war das Stadion leer. Da habe ich glaube ich, weiß ich nicht, aus 22, 23 Metern mich nach innen gedreht und dann rechts oben in den Winkel geschlenzt. Das war glaube ich so das Schönste, was ich hier geschossen habe. Am meisten mag ich an unserer Mannschaft, dass wir so eine gute Chemie innerhalb der Truppe haben. Dass du wirklich keinen dabei hast, wo du denkst, der passt hier nicht rein. Dass jeder sich für die Mannschaft zerreißt, auf dem Platz, in der Kabine. Du hast jeden Tag Spaß hier hinzukommen, weil du weißt, das sind einfach gute Typen, gute Kerle. Das ist schon etwas Besonderes. Und gerade auch für mich so, ich bin jetzt schon lange dabei, ich war ja schon bei vielen, vielen Vereinen auch, muss ich schon sagen, dass das hier schon besonders ist. Und dass ich das so in der Art auch noch nicht hatte bei den anderen Vereinen, dass wirklich die Chemie in der Truppe und der Umgang untereinander so gut ist wie hier. Ja, also okay, also Janis Haare müssen immer perfekt sitzen. Das ist mir schon aufgefallen, die müssen immer 1A sitzen. Ich würde jetzt eigentlich so sagen, Sobo und Benni, die haben immer so ausgefallene Outfits und immer so diesen Drip, wie man sagt, in der Sprache. Ja, also ich glaube, die beiden, die legen schon sehr viel auf ihr Äußeres und dass sie gut fresh gestylt sind, ist ihnen, glaube ich, schon sehr wichtig. Aber ja, sei ihnen gegönnt und finde ich auch gut, dass sie es machen. Ja, für mich ist so der Witzigste eigentlich Timo, weil er einfach ein verrückter Typ ist. Der ist einfach Wahnsinn. Ich habe gedacht, der ist ein bisschen vernünftiger geworden jetzt nach den zwei Jahren, wo er weg war. Aber er ist immer noch der Gleiche und das schätze ich sehr an ihm, dass er immer der gleiche Typ geblieben ist. Und ja, da gibt es schon sehr viel zu lachen mit Timo. Also er ist immer sehr laut, sehr witzig, versucht immer so den Spaß mit reinzubringen, die Sachen nicht zu ernst zu nehmen. Und ja, da würde ich schon Timo nennen. Okay, dann würde ich Zidane sagen, weil das war immer mein Idol, als ich klein war und ich fand ihn einfach außergewöhnlich. War ja auch Mittelfeldspieler, so ein Motor der Mannschaft immer und hat das Spiel gelenkt in jede Richtung. Und das war schon in meiner Jugend, wo ich aufgewachsen bin, war der für mich so derjenige, wo ich mir geträumt hätte, mal mit so einem Spieler in einer Mannschaft zu spielen. Tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich mache, bevor ich meinen Ehering ausziehe in der Kabine, dass ich den dreimal küsse, wegen meiner zwei Kinder und meiner Frau. Und ansonsten habe ich jetzt kein spezielles Ritual, dass ich, haben ja manche, weiß ich nicht, dass sie sich erst den rechten Schuh zuschnüren, dann den linken. Oder erst den rechten Schiemannschuh, dann den linken. Oder besondere Musik vom Spiel, das habe ich nicht so in der Art. Ja, sehr viel muss ich sagen, weil sie mich so quasi durch meine Karriere begleitet schon die ganze Zeit. Überall, wo ich war, hatte ich eigentlich die Nummer 44, bis auf meine ersten zwei Stationen in Osnabrück und in Aalen. Und damals, wo ich ganz jung war, als ich in Leverkusen zu den Profis kam. Aber als ich dann so richtig Fuß gefasst habe als Profi in Salzburg, da habe ich die 44 bekommen. Tatsächlich, weil eigentlich immer die Nummer 8 meine Lieblingsnummer war. Und die war aber leider besetzt dort. Und dann waren, glaube ich, nur noch drei Nummern frei in Salzburg. Und darunter war auch die 44. Und 4 plus 4 war 8, deswegen habe ich die 44 genommen. Und ja, die hat mir dann irgendwie Glück gebracht und wurde auch mit zu meinem Markenzeichen. Und deswegen habe ich sie immer, wo ich dann auch hingegangen bin, darauf bestanden, dass ich die 44 haben muss. Und deswegen ist die 44 schon was Besonderes für mich. Ja, also ich fange jetzt mit meinem Schein an. Also das wird ja natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das möchte ich aber, ich muss ja ein paar Lizenzen machen, um dann irgendwann zugelassen zu werden, zum Fußballlehrer. Den darf ich dann allerdings erst nach meiner Karriere machen. Oder kann ich nach meiner Karriere machen. Deswegen mache ich alles, was dazugehört jetzt schon, versuche ich nebenbei, neben dem Fußball zu machen. Einfach, um das für mich zu haben. Um dann später zu schauen, wo es mich hinführt. Weil ich schon glaube, dass ich gerne im Fußball aktiv bleiben möchte. Weil das, ich kenne nichts anderes. Das ist quasi mein Leben. Und ja, deswegen. Also ich weiß noch nicht genau, wo mich mein Weg hinführen wird. Oder was ich danach machen werde. Weil dafür genieße ich jetzt gerade auch noch einfach zu sehr Fußballer zu sein. Und werde es auch sicherlich noch, solange ich gesund bin und mich fit fühle, auch genießen. Weil die Zeit wirst du nie wieder bekommen zurück. Die Zeit kommt nicht mehr wieder. Und alles, was danach kommt, klar versuche ich jetzt Schritt für Schritt das schon ein bisschen vorzubereiten. Aber ja, das ist auch noch nicht so nah jetzt. Das kann noch ein bisschen warten. Ja, definitiv. Ich habe ja schon gesagt, Leipzig ist wie meine zweite Heimat geworden. Wir fühlen uns pudelwohl hier. Meine Kinder gehen hier in den Kindergarten. Meine Frau fühlt sich extrem wohl. Wir haben tolle Nachbarn hier in Leipzig, mit denen wir uns auch super verstehen. Das sind alles Gründe dafür, dass ich mir natürlich das vorstellen könnte. Auch, dass ich bei dem tollen Verein hier bin. Mit denen, ich verstehe mich ja hier wirklich mit allen extrem gut. Deswegen, das ist schon wie eine zweite Heimat geworden. Und deswegen könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch nach meiner aktiven Karriere, dem Verein hier treu zu bleiben und in anderer Weise zu helfen. Mein Lieblingsort ist tatsächlich, dadurch, dass wir ja in Marklebeck wohnen, dann bin ich schon im Sommer gerne mit den Kindern am Kossi. Dann fahren wir von uns aus mit dem Fahrrad auch gerne hin mit den Kindern. Ja, es ist schön da, wenn du da im Sommer, wenn die Sonne scheint, da denkst du, du bist irgendwo im Urlaub. Das ist schon für uns ein besonderer Ort und sehr schön. Kommt drauf an, ob ich die blondieren lasse oder ob ich nur manchmal zum Seitenkürzen gehe. Aber wenn ich mit Blondierung und allem Komplettpaket mache, dann würde ich mal so sagen, so um die 150 Euro. Absolut. Ich liebe Rosenkohl. Okay, also ich bedanke mich für eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch einige beantworten. Und ich würde gerne als nächstes meinen Bruder Emil Forsberg nominieren.